Star Wars Filmen 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 Warum kaufen wir keine Pommes? Kartoffeln sind gesünder als Pommes. Die großen Moleküle von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen müssen erst aufgespalten werden, bevor der Körper sie benutzen kann. Lots of great food. Das ist lieber an den Frauen, dann können die Familie von ernähren. Wir sind im November und wir haben Steinpilze, also die kommen sicherlich aus der Südafrika Gegend. Und, ähm... Ist das? Und, ähm... 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 Und, ähm...